Zack, 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 ich glaub dann haben wir halt sogar das ganze Ding, mehr ist verdoppelt, ja, hätten wir sogar, aber vorhin hatten wir bloß 3 Reihen, jetzt haben wir gleich 7 Reihen, also wenn man von der einen Richtung schaut, achso, in der Richtung sind sogar 7 Reihen, lustig, dann ist es jetzt quadratisch, quadratisch praktisch gut, ok, dann lassen wir das so, huch, da kommt gleich direkt, ist ja auch schön, wenn wir gleich wieder einsammeln gehen, für die nächste Runde, so, so, vielleicht mal gehen, ist hier irgendwo, da irgendwo, nee, schade, hätte es sein können, huch, na, was bist denn du für ein kleiner Stöpsel, ist ja nicht ganz ausgewachsen, hier ist aber, da an dem ist gleich gar nichts dran, ist weg, stimmt, das sollte ich vielleicht auch vorher noch machen, an dir war, war an dir eigentlich was dran, ähm, kurzer Check doch, hier unten war was dran, hm, ok, lass mir dich mal stehen, kriegst du eine Daseinsberechtigung, ist an dir etwas dran, ein bisschen ausselektieren, an dir ganz klein, da oben ist was dran, ansonsten eher nicht, hm, soll ich den trotzdem stehen lassen, naja, eins ist besser als keins, ne, lass es mal da, so, ok, ja, dann muss ich jetzt eigentlich nur noch warten, bis der Rest wächst, und hier ist da irgendwo schon an Dingens nachgewachsenen Harz, da oben, ähm, sonst nicht, ach doch, da, siehst du gerade aus dem Augenwinkel, da, her damit, ah, da drüben, so, wird auf jeden Fall interessant, kommen wir zum Beispiel wieder die Welt verändert, ein bisschen zumindest, so, hauen wir das Ganze mal wieder, nicht in die Tonne, ähm, in den, äh, ihr wisst schon, genau, danke, ok, so, und warum wollte ich jetzt das jetzt nochmal, ich brauchte Kabel, oder, hier hab ich Kabel gebraucht, hier hab ich, genau, ich wollte Generatoren machen, dafür hab ich Akkus gebraucht, dafür hab ich Kabels, Kabels, genau, hab ich Kabels gebraucht, jetzt kann ich Kabels machen, ähm, so, jetzt aber, so, so, zack, paar Akkus, Akkus, Maschinenblock, Rufen, Bäm, habe ich hier fünf weitere, so, zack, jetzt geht mir der Kohlestaub schon aus, älter Schwede, oh, Zinsstaub, bisschen mehr Kohlereien, äh, Zinsstaub, ich brauch hier Zinn, äh, was geht mir hier gerade aus, hier sind es schon wieder die Kabel, hab ich noch Kabel, nein, hab ich gerade nicht, zumindest sehe ich gerade keins, dann machen wir schnell welches, so, eine Runde Kabel, huch, äh, wo ist das Kabel jetzt hin, ach da, zack, neunmal Kabel, neun Kabel da, ach, der Kohlestaub wird hier jetzt gerade, komm, dann machen wir das so, so, teilen wir das hier so auf, ich weiß, ob es jetzt schneller produziert, Moment, mit Gummibaumsetzlingen, da hab ich aber nicht so viele von, sonst hätte ich die jetzt in Messer, ich habe Messer, ich habe Messer, einen Pilz da loswerden, der stört ja auch noch im Inventar, so, Pilz, hier weg, dann nehmen wir euch mit, so, äh, kann ich hier gleich, zack, ne neue Runde machen, hier oben nochmal auffüllen, so, jetzt fehlt es gerade echt ein bisschen an dem hier, so, aber jetzt, zack, die drei werde ich noch wegkriegen, habe ich hier fünfe, hier habe ich gerade, oh, hier habe ich gerade gar nichts, ähm, Gummiholz eigentlich könnte ich, das Gummiholz ja auch reinpacken, das gibt es ja auch, zwar plus eins, aber immerhin, so, was fehlt mir jetzt eigentlich gerade an Dingensen, ach, schon wieder euch, habe ich noch einen Stack, Schande, mir geht das Ding aus, ich post nochmal, okay, jetzt wird es mit dem Eisen richtig knapp, langsam, das ist jetzt nicht mehr feierlich, so, euch, viere, huch, äh, was mache ich denn da, so eigentlich, zack, brauche ich euch, dann mache ich hier nochmal ein paar Kabel, so, kann ich hier auf jeden Fall da reinpacken, Redstone, Refined Iron, noch mehr Refined Iron, na, teilen wir es hier mal auf, dann geht es schneller, so, ich brauche bloß mal einmal 64, weil dann kann ich hier schön die acht Dingens machen, kann nämlich genau acht Generatoren machen, weil ich nämlich auch gerade acht Öfen habe, acht Maschinenblock und acht Akkus, habe ich genau gerade acht Generatoren, dann kann ich hier mal die Runde machen, dann habe ich hier, glaube ich, mal drei weitere, Moment, habe ich nämlich gerade fünf gehabt, ja, äh, habe ich da nicht noch irgendwo, nee, habe ich gerade nicht, ich habe doch immer noch Kabel rumfliegen, eins, zwei brauche ich gerade, Holz habe ich noch, Holz habe ich, Kabel habe ich, Kupfer habe ich, so, und das jetzt da rein, das ist jetzt Nummer sechs, sieben, sieben sogar schon, oh, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, komm, das kriegen wir noch ein, eins kriegen wir noch ein, brauche, Kohlestaub, 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 Kohlestaub da rein, zack, ach, ich brauche eins von denen, also brauche ich acht, das ist man, zack, sieben von denen, hui, zack, vier von denen habe ich, fünf, oh, Gott, jetzt geht mir schon wieder alles aus, ich glaube, ich spinne, ich habe vor einem halben Stack Lüfen gemacht, ich habe schon wieder alle verbraucht, alter Schwierer, schaut sich hier aus, gerade, irgendwie noch nicht so tolle, hier ist zwar gerade am durchdrehen, hinter einer Speicher und so weiter, aber hier ist gerade leer, ach, sind wir jetzt gerade schon wieder soweit, bist du, ach, du bist hier gerade leer, du machst dich vorlich weiter, komm, dann schalten wir dich wieder an, machen wir dich gerade, doch wohl dich kann ich ja nicht anlassen, ich mache jetzt mal dich wieder an, ach, komm, machen wir wieder auf 1,5, ich glaube, ich hatte früher 1,5 Sekunden, dann darfst du auch in die Runde, okay, ich werde, glaube ich, bald wieder die Krise kriegen, weil hier wieder alles vollläuft, so, ich werde hier mal ein bisschen, so, wir müssen alles rausnehmen, eins zum Puffern, ich wollte Cobbles mitnehmen, ich halt, ja, grrrr, ich nehme natürlich aus der Kiste, weil die so schnell vollläuft, eigentlich hätte ich aus der Kiste nehmen sollen, egal, ich nehme da auch noch ein bisschen was mit, ist hier was drin, nee, außer Schrott, unsere Schrottküste, warum rennst du nicht mehr, nee, du hast noch, gut, Lauf, ah, Gott, so, komm, jetzt machen wir hier Hardcore-Style, das habe ich leider nicht abgezählt, wahrscheinlich ist es, ah, es reicht genau, so, machen wir mal einen ganzen Stack Öfen, wir werden es nämlich brauchen, und, schande, ich habe kein Refined Iron mehr, zumindest nicht, verdammt, okay, damit haben wir das Limit erreicht, schande, ja, Mist, okay, dann, ähm, packe ich das jetzt mal kurz da rein, ich werde doch hier noch drei, ach komm, drei, nein, drei kriege ich nicht hin, ich habe zu wenig Eisen, ich habe zu wenig von dem Eisen hier, oder ich habe hier noch, hier habe ich noch 40 Eisen, brauche ich Eisen selber gerade, nee, ich glaube nicht, komm schon, ich werde die drei jetzt, ich werde das jetzt noch hinkriegen, komm, das machen wir jetzt noch, koste es, was es wolle, und dann noch ein bisschen mehr, so, ich brauche auf jeden Fall noch mal Gummi, 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 da drüben ist auf jeden Fall Gummi, 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 komm schon, das machen wir jetzt noch schnell fertig, scheiß auf die Nacht, weil ich möchte eigentlich gerade eine Aufnahmepause machen, aber ich will das jetzt noch fertig kriegen, das machen wir noch fertig, komm schon, so, dich, dich, da oben ist noch eine Runde, da ist noch eine Runde, naja, okay, gut, gehen wir mal rein, packen das Ding an zu weg, so, gehen kurz pennen, damit es wieder hell ist, warum auch immer, bräuchte ich zwar jetzt nicht, aber nicht zwingend, so, jetzt geht es aber los, ich brauche, Eisen, I'll find Iron, ich habe gesagt, drei will ich machen, 1, 2, 3, oh, shit, so, zack, drei, 3 auf dem HV, brauche ich noch 3 Akkus, brauche ich Redstone, Redstone, Shunway, Redstone, da habe ich nicht genügend, oh, ähm, danke, brauche ich kurz 1, 2, 3, 4, muss ich wieder an Meta, an mein Meta ran, hoch, hä, ich hatte hier gerade irgendwie, Wasser, lol, stilles Wasser, hier werden Steine, Holz, Gott, ich werde jetzt nicht alle Möglichkeiten durchgehen, weil das sind 511, das dauert ein bisschen, das dauert mir auch ein bisschen zu lange, zack, zack, sowas habe ich gesagt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, zack, 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 dann, ach, jetzt habe ich die ganzen Öfen weggelegt, natürlich, 1, 2, 3, komm, das kriegen wir heute noch, 3, 3, 3, 3, TRG generatoren, das brauche ich noch, schaltkreise, sowas geht mir gerade bloß einen, blöd, brauche ich noch, brauche ich mehr schaltkreise, brauche ich mehr, jetzt gedacht, äh, Gummi. Das reicht aber noch nicht. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Packen wir das mal da. Dann kriege ich, zack, vier weitere. So. Ich brauche noch einen einzigen Schaltkreis. Drei. Jetzt gibt mir das Kupfer aus. Alter Schwede. Was mache ich denn da? Ich muss erst mal die Gummieren. Zack. Da rein, zack. Da nicht da rein, zack. Habe ich drei. So. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche noch ein bisschen... Das Kupfer, das brauche ich jetzt mal kurz da rein. Kupferstaub braucht gerade keine Sau. Ähm... Zinnstaub. Pack ich mal kurz da hin. Geben wir mal das Kupferding. Fertig. Ich brauche jetzt nämlich noch ein paar Kabel. Eine Runde Kabel. Zack. Und zack, zack, zack. Habe ich wieder einen Niederspannungstransformator. Jetzt brauche ich den Midvoltage. Dafür brauche ich zwei von euch. Und einen von... Noch einen weiteren Mission Block. Ich hoffe, dieses Rezept kann ich noch. Mittelspannungstransformator. Und jetzt kommt's. Warte, warte, warte. Nee. Das habe ich verbaut. Ne, das habe ich verbaut. Medium Voltage Solar Array. Tö. 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 So, und ich würde sagen... Das braucht wahrscheinlich ein Goldkabel. Dies ist ja mit Voltage. Ich bin jetzt mal so frei. Stell den da dazu. so kriegt auf jeden fall strom und ich hoffe das dürfte auch durchgehen so dann gibt es nämlich wenigstens ein bisschen mehr so dann pflanzen wir nach dem nach mal hin sobald wir mit voltage solar arrays haben das war jetzt eine mega tour möchte ich ja fast sagen so mal schauen wie die hier zurecht kommen ich glaube sobald ich einen zweiten habe einen kleinen ausgleich da fühlt sich das war sehr fröhlich ja okay ich denke dann kann ich jetzt aufräumen beruhigt eine aufnahme pause machen oder so ihr wachst fröhlich weiter ich bin ich gerade das so sie dann nämlich die mal kurz noch mal mit weil ich werde sie brauchen so nicht schon daran vorbei noch mehr so ich habe das wäre fällt jetzt mehr es wird doppelt also doppelten ertrag soll es auf jeden fall jetzt bringen mindestens da ist noch eins so kommt es passt jetzt schmeiß jetzt noch ein ding ins rein und dann ist auch schon gut dass ich kommt es noch kurz auf und dann beende ich endlich meine aufnahme was ja schon vor der weile machen wollte kupferkabel wären da goldkabel da das gummi da jetzt habe ich jetzt eigentlich zwei sand dabei ach das kommt von vorher die koppels da das behalte ich den rest kann ich behalten den behalte ich auch gleich und dann keine ahnung wo steht man sie nicht achten wir mal hoch zum verabschiedung hoch so hoch und unseren kleinen balkon nach kohle kann jetzt rüber schauen die bäume sind gewachsen schaut sich mehr so stark aus sehr schön okay dann würde ich sagen auf wiedersehen bis zum nächsten mal